Ihr habt gerufen? Monsieur Dorian, es gibt einen Auftrag für euch. Noch mehr Liefer- und Botengänge vermutlich. Zwei Meister-Assassinen sind tot, einer durch eure Hand zum Schutze eines Templers. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass eure Strafe so milde ausfällt. Und Germain? Ist nicht länger eure Sorge. Letzte Nacht hat sich die Pariser Kommune offen gegen den König ausgesprochen. Zur Zeit belagern 20.000 bewaffnete Revolutionäre die Tüllerien. Selbst die Nationalgarde kippt. Viele sind zu den Revolutionären übergelaufen. Frankreich zerreißt an den Nähten. Und das gefällt uns nicht. Die Bevölkerung kämpft für ihr gutes Recht. Liberté. Egalité. Ginge es um eine einfache Waage, die aus dem Gleichgewicht ist, hättest du recht. Aber es ist viel komplizierter. Beim Ordnen von Mirabous Angelegenheiten stießen wir auf einen interessanten Briefwechsel von royaler Natur. Mirabou stand in Kontakt zum König? Und er war weit weniger diskret, als er hätte sein sollen. Würden die Kopien der Briefe des Königs publik, dann wären die Templer in der Lage, unsere Leute in ganz Frankreich ausfindig zu machen. Und ich soll hineinschleichen und diese Briefe finden? Und zwar schnell. Die Schweizer Garde ist in der Unterzahl. Sie wird vor Einbruch der Nacht überwältigt werden. Wäre nicht der erste Palast, in den ich einbreche. Wäre nicht der erste Palast, in den ich einbreche. Wäre nicht der erste Palast, in den ich einbreche. Das ist die Revolution! Erstmal danke dafür, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Khalid. Und ja, ich würde sagen, ich will nicht drum rum labern. Wir fangen mal direkt an. Ähm, ja. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, müssen wir das, äh, im Palast vom König nochmal durchgucken. Also ehrlich, die rhetorische Qualität der blutrünstigen Aufstände schon heutzutage. Wir müssen jetzt mal aufpassen, dass wir jetzt nicht erwischt werden. Klinge bereit halten. Ey, ich hab keine Klinge. Scheiße. Klinge bereit. Oh! Oh mein Gott! Was ist das? Sieh auf die Beine! Schau sie auf! Unbefugt hast du! Los, ich bin bei der Arm! Lass die Waffe rein! Scheiße! Run! Ah, gib mir das auf den Sack hier! Also ehrlich, die rhetorische Qualität der Blutrömer sind die Aufständischen heutzutage. Scheiße! Du hast dich dreckig gemacht! Du hast dich dreckig gemacht! Und du hast dich dreckig gemacht! Du hast Dreckig gemacht! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin direkt mit dir. Ich mach wieder die Biene her. Keine Klingen. Ich bin direkt mit dem. Oh, shit. Oh, shit. Eine Spur von dem Turt. Ich muss mir, ich finde, es ist ein Teufel. Sie ist nicht in der Stahl an! Sie ist nicht in der Stahl! Wälder! Sputze, ich bin! mann ey, mit Berserklingen oder Phantomklingen wäre es viel schneller passiert so wo lang, da hinten ist noch so ein Auto komm das ist meine ha ha da ich habe Gottscham! Ah! Da bin ich schon oben? Das ist ja QL Ah, besser so Man will diese Papiere. Sie sind nicht hier. Sucht was. Ich bleib bei dir dran. Oh doch. Eigentlich habe ich so viele Attentate eben aus der Deckung gerade gemacht. Ich habe zwei oder drei Stück gemacht. Das kann aber nicht sein. Komm her, komm. Komm, 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 komm. Da, wieder aus der Deckung. Da. Da, schon wieder aus der Deckung. Aber eben hatte gar keine gezählt. Verstehe ich nicht, ja? Da war doch, also, es waren drei oder vier Stück, ne? Keine Spur von dem Tyrannen? Hat sich wohl abgesetzt. Feiger Bastard! Mann ey, ich brauche Klingen. Wofür! Ist der blau? Ah, nein. Ah. Komm schon, na los. Noch einer. Da sind so viele, viel zu viele. Ich brauche Klingen. hallo nicht da sondern da toll hat auch nicht viel geld egal ich mache es einfach auch da ist ja einer ich habe keinen Bock auf dich wo war der jetzt hat er denn jetzt abgeschossen da kommt einer oder ist er unter egal ich gehe jetzt rein ihr seht nicht aus wie diese blutrünstigen revolutionäre die kutte wirkt etwas unheimlich wenn ich das anmerken darf und ihr seid die nach hut nicht wahr äußerst praktisch dass dadurch so viele türen zwischen euch und dem kampf stehen ich bin gar nicht hier nicht offiziell zumindest doch wie oft hat man die gelegenheit sich die private amtsstube des königs anzusehen ist es etwas bestimmtes wonach ihr sucht staatsgeheimnisse private korrespondenz persönliche schätze so etwas in der art ich hoffe dass wir nicht dieselbe beute im auge haben die wäre gewisse briefe an den könig sie wären missverständlich wenn die falschen männer sie finden verstehe dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen ich glaube der könig hat hier irgendwo eine geheimtür eingebaut würden wir die nur finden so was müssen wir machen äh den eisenschrank haben wir mal Adlaube ah da haben wir den was sagt er dir? sehr gut gemacht mein freund unglaublich etwas gefunden? ein wahres Füllhorn ja und ihr? ich glaube ja ja das sind sie das sollte die Sache erledigen darf ich vorschlagen zu gehen? beeilen was ist das? unser Ausgang gib mir Decken ja? einen Moment mal du hast ein wahrer Toll aber verteidigt er sich gar nicht gut gemacht den auf natürlich Ich sehe dich. Oh. Oh, ich sehe dich. Du gehörst mir! Du gehörst mir! Er wird nicht länger durchhalten! Nur noch etwas länger! Leid abgehört mir! Tod allen Feinden der Freiheit! Hoch! Sucht alles ab! Ich will die Dokumente! Er? Was? Verdammt! Ja, Kapitän Rui hat diese Wirkung auf Menschen. Ein Freund von euch? Ein hartnäckiger Stachel, den ich noch nicht ganz herausziehen konnte. Ich brauche Informationen von ihm. Ich muss zu ihm zurück. In dem Tumult. Ihr würdet ihn dort nicht finden. Kommt mit mir, ich hab eine bessere Idee. Ihr habt euch gut geschlagen da hinten. Ich schätze, ihr habt nie eine militärische Laufbahn in Betracht gezogen. Da sieht man gar nichts hier. Der Schrecken von Generälen und Staatsmännern aller Orten. Ein Individualist. Ich kenne das Gefühl. Männer wie wir haben den meisten Soldaten etwas voraus. Und zwar, wir haben einen eigenen Kopf. Wenn ihr euch heute verpflichtet, seid ihr in zehn Jahren ein Marischal. Garantiert. Ein großzügiges Angebot. Aber nein. Wohin das Herz führt, muss ein Mann folgen. Kommt zu mir, wenn ihr eure Meinung ändert. Bonaparte ist mein Name. Napoleon Bonaparte. Oberstleutnant der Artillerie. Zur Zeit. Arnaud Dorian. Angenehm. Und tut mir den Gefallen, falls jemand fragt. Ich war nie hier. Ich habe mir all dies nur aus einer Tischlerwerkstatt aus der Ferne angesehen. Ein Gesicht in der Menge. Natürlich. Was nun? Einen Moment. Ihr solltet in Deckung gehen. Was denn jetzt? Alles in Ordnung hier? Gut, Korporal. Grandioser Schuss. Der richtige Drill ist entscheidend für den Erfolg eines Regiments. Wir sollten jetzt gehen's hier. Hier trennen wir uns. Was ist mit Rui? Gib mir ein paar Tage. Ich werde sehen, was ich in Erfahrung bringen kann. Vielleicht lässt sich ein Treffen arrangieren. Macht's gut. Und das war er. Napoleon Bonaparte. Äh, besser bekannt als Napoleon selbst oder so. Keine Ahnung. Ja, Freunde. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Äh, folgt noch jetzt irgendwas? Ja, Freunde. Äh, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal. Für mehr solche Videos oder andere Spielereien noch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Heili. Ciao. Eci plataform aus. Bei einem должны. Ich bin dritt demon, ist ein Video, über Division gehtите. Auch schreck.